ja und damit ein herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Grand Tourism Sport ich bin der Moni und heisst euch natürlich herzlich willkommen wir sind jetzt bestimmt bei Part 9 ich hoffe es und ja dann wollen wir mal weitermachen in der GT Liga die hatten wir jetzt hier abgeschlossen fr ok mal gucken was Autos verfügt passt so du 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 hm 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 Frage Nimm mit den die Tour mal gucken ob es wird ob es was wird also gesagt auch auch kristus nur es war mir auch immer Möchtest mhm, kurz mal gucken Tü-Tü-Tü-Tü Ach hier sind wir ja... Ja komm dazu sag ich nichts äh da müsste das auto passen weil es hat ja ich will runter mein gott zum starten das ist ja mcd amg vision gt es ist auch ein fantasy fahrzeug und ja war schon ein gran turismo 5 also ich glaube groß hätte also welchen gt-autos kommen aus kann turismo 6 welches 5 von sagt aber tut leid ja also wieso und kann turismo kommen alle aus aus wie sagst kann turismo 6 sind alles große fantasie autos von den autohersteller entweder könnte sein dass er es doch vielleicht irgendwann kommt oder es gibt ein prototyp davon keine bremsen keine bremsen keine bremsen auch und also der bremsen wie habe ich noch fünf runden zeit aufzuholen also es müsste machbar sein so oh hey hallo mein gott eh keinen platz machen oh ich krieg gleich hier einen wutanfall auf die scheiß kovett ja da gehörst du in den gras das kovett eh mein gott kein platz machen ne jo ok da drückt jetzt komplett mal durch mein gott nicht mal platz machen schön den weg stellen mal sehen ob ich jetzt auch wieder merke wie ich das hintereinander mache aber ich glaube diesmal nicht ich versuche ich alles zusammen zu machen die fr schelling falls doch nicht klappt tut mir leid dann wie gesagt ich kann nur eine stunde aufnehmen und wie gesagt ich will viel und nicht so extrem lang machen und ja und noch ein kleine info am 8 also vom 18 habe ich dann erst mal 14 tage wenn keine videos kommen ich dann im umzug gestresst bin und wie gesagt der internet der internet firma hat sich nicht ausgeschüssen und dadurch krieg ich erst wieder ab den 18 hin 14 tagen erst wieder als ich glaube so am 8.2 wieder erst internet also Entschuldung dafür hier da will ich dann so machen weil da werden auch zwischenzeitlich neue Autos rauskommen werde ich dann halt die alle nachliefern zusammen in einem Video und der des also im vor die die sich der die die das die die und ich glaube ich hätte auch lieber Mathematik genommen aber ich fahre jetzt mit das Auto die Klasse zu Ende die Rennklasse weit zu weit zu weit zu weit raus oh ne so klingt das von draußen als von Ninten Mainstream fährt siebzehn Sekunden schon hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 30 Sekunden Abstand schon Und in der letzten Runde. 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 kommt Prozent noch die Bündner bestimmen auch mehr auf die Nürnberg haben jetzt das noch oder wir fahren das einfach dann machen wir das nämlich halt das letzte Rennen extra auf und extra nicht extra macht das in einer anderen Partnern mit rein das stand bei der anderen Schelling oder Aufgaben dann oder er verkennt lassen er hat dann von der und davon nicht das erste Rennen aufnehmen und dann die anderen 2 wir zusammen machen mit Nix ich will die Videos nicht so lange machen nicht so extrem lang machen es ist es hoch wird weil ich glaube manche haben sie so Bock gleich mal hier Sammeer Heisen ist gleich noch oder unterhalb Stunden ist doch okay aber zum Beispiel 540 Minuten oder 50 Minuten das sind bis gleich viel zu lang für Kantorismo Video für ein Let's Play ja gut starten wir mal ach und ich nehme das gerade noch hier kurz vor 22 Uhr auf hat man ja auch kurz gesehen wenn man oben voll auf der Uhr guckt oder nach dem Rennen bei ihnen im Spiel gibt es ja auch eine Uhr die auch wie die echte ist die Strecke da werden erinnerungswacht bei äh Mission und gab es ja auch sein bestimmtes Rennen wurde mit denen ich bin ich ja gefahren Prozent und so durchgefahren klar haben mit denen ich weiß nicht mehr auf dem Fall Prozent halblich Prozent halb Stunden glaube ich war sie drauf und das hat mich so abgekottet mit den Gegnern die haben wirklich es war wirklich schwierig das war noch in der Beton hier also auf der vollständigen Person weiß ich nicht aber es gab ja auch mal ein Update da sollen sie es ja leichter gemacht haben ich habe es nicht normal probiert ich habe ehrlich gesagt nicht normal probieren die Mission das ist ja auch noch in der die 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 nicht die 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 in den Schatten hängen und raus. Ich weiß sicher, ob in der Aufnahme auch hier die Miso im Hintergrund vom Spiel. Wenn es euch stört, muss ich sie halt dann ausmachen. Aber für mich ist das besser, weil habe ich nicht nur immer den Motorgeräusch oder Hype Kollektiongeräusch mit anderen Fahrzeugen. Ich finde die Musik beruhigt mich auch ein bisschen. Ich finde es ein bisschen entspannt, die Musik. Wenn es auch manchmal klassische Musik ist. Es ist Musik. Es lenkt ein bisschen ab. Da kriegt man sich nicht so leicht auf. Ich. Oder wenn ich mich sehr aufrege. Äh. Oder falls ich mich aufrege und ich krieg's nicht mit, Leute. Dann kalt's immer in die Kommentare. Falls ich mich aufrege. Aiaiaiaia. Au. Okay. So, wenn ich mich aufrege und die Controller einen Fernseher reinfeuern. Ach ne. Da fehlt ja noch die Facecam, wenn ich den Controller kaputt mache. Okay. Dann lassen wir es mal. Dass ich auch unendlich der Vido bin. Die Judo. Top 10. Oder. Die Top 3 der Judo YouTuber. Die beim Livestream oder bei Aufnahmen mit Controller zerstören. Haha. Oder ausrasten. Also er hat das definitiv überreicht. Ja. Hayes. Ich bin warm. Ja mein wenn du mein black Caser und oder gleich in Österreich machst du Leute ums? Jetzt wirhh wir uns in der consequenpelop��. ich jetzt noch mal gerne aber nicht so gerne als könnte ich so vor ob das auto nicht aber wie breit ich habe etwas gefühlt ob ich habe nie auf die bremse drücke aber es passiert nichts aus dem schiff mit denen zu fahren in kandarismus 6 mit den zackern eigentlich gefahren mit den mercedes amg hier es sieht eigentlich von nice aus das auto als wenn es das in echt geben würde ich hätte das nötige kleingelb ich hätte mir den geholt ich hätte den zu mir geholt fehlt nur noch wirklich eine cocktail ansicht das macht weiß wie das auto von innen ich brenne zu das auto rutscht gerade aus deutsch die ruft an können sehr nett 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 10 sekunden abstand schon 10 sekunden abstand schon 10 sekunden abstand schon 10 sekunden abstand schon 11 5 5 5 5 5 6 5 5 mir aufnehmen ich weiß es ehrlich nicht hat mich darauf geachtet wie lange das erste rennen war wie lange ich gekauft habe hier sehe ich ja hier bin ich gleich bei 10 minuten das weiß ich nicht wie das andere wie lange das war ja 17 Minuten Abstand schon. Aber wo ich mich dann drauf freue, kostet es erstmal bis vom 18. oder vom 19. hängt ab. Weil ich glaube, ich ziehe doch erst am 19. oder am 8., ich weiß nicht, aber wenn ich dann in der neuen Wohnung bin, am 8., haben ich dann eine 100k Leitung und Bombe. Kann ich auch richtig leicht spielen, wie ich scheint machen. Ich hoffe es, ohne dass es irgendwie abschmiert oder so. Also wenn ihr dann wollt, dass ich mein Live-Screen dann mache, dann sagt es, dann mache ich auch mal wieder Live-Screens, aber zur Zeit mit der 16.000er Leitung, das kannst du vergessen. Es macht einfach keinen Spaß, wenn es immer wieder abschmiert oder ich kann auch nicht so richtig mit den Leuten zusammen in eine Party spielen, weil ich dann immer aus der Party rausfliege, wenn ich Live-Screen mache, das kann man vergessen. Nee, da mache ich nicht mit, weil sowas, weil seine Leitung macht es keinen Spaß, Live-Screen zu machen und Spaß zu haben. Also ich war, weil dann auf jeden Fall mehr Live-Screen machen und morgen war ich vielleicht mit einem Kollegen, den ich auch kenne, der mich ja auch abonniert hat und der mich ja auch kennengelernt hat in Rambo 16, vielleicht ein weiteres Video Let's Play, Let's Test machen von Rambo 16. Aber nur vielleicht. Aber nur vielleicht. Ach ja und wir haben gewonnen, also ja, eigentlich wie ihr seid, ihr habt ja auch die ganze Zeit zugeguckt. Ihr seid eigentlich fleißig, so gesagt, mitgefahren als mein Beifahrer. Ihr habt immer mir ins Gleichrad reingegriffen, deswegen bin ich immer gerade ausgefahren. Ah, ne. Na gut. Oh, teck das drinnen, aber dies verzei ich nicht, weil ich weiß nicht so, dass du ein Scheiß wieder bekommst. Ah, so, also eigentlich ist es dann so geplant, dass dieses Rennen und dann hier von der nächsten Aufgabe das erste zusammen in ein Video kommt. Und die zwei dann auch wieder zusammen in einem Video. Ich werde jetzt immer, glaube ich, so immer so machen, dass ich immer zwei Rennen in ein Video packe. Und ja, was erwartet uns eigentlich noch bei Profiliga? Ja. Äh, Auto. Am maximalen Leistung ist unbegrenzt. Mindestens Gewicht auch unbegrenzt. Maximal Reifen. Sportweich. Okay. Geschränkt auf Autos mit Mittelmotor. Was wären das für Autos? Also, Mittelmotor. Okay. Und hier? Äh, Maximal Leistung ist unbegrenzt. Nein, Menin. Ja. Ich renkt auf. Ich rennt, waren die mehr als 10 Millionen Kreditskosten. Warte. Uh, ich kann, glaube ich. Ja. Okay. Okay. Gut. Gut. Okay. Und dann in der Profi-Liga. Äh, das ist ein Stundenrennen. Und das? Drei... Äh. Und dann? 30 Runden, äh. Hab ich aber schon ne Porsche? Ja, ich hab ihn sogar. Schön. Sehr schön. Gut. Aber damit verabschiede ich mich jetzt erstmal. Habt noch einen... Schönen... Nacht. Oder... Wenn ihr es morgen guckt, dann habt doch eine schöne neue Woche. Oder schönen Tag. Hängt ab. Mir ist das eigentlich scheißegal jetzt zur Zeit. Ich hab... Wollte mich jetzt einfach nochmal verabschieden. Ich bin raus. Und... Ciao.